Meditiere über Dein eigenes Selbst Kommentar zum 381. Vers des Viveka Chudamani Shankara schreibt Ewig scheint dieser Atman, das Höchste Selbst, der wesenhafte, strahlende Beobachter von allem, immer offenbar in der Hülle des Intellekts. Mache diesen Atman, der sich vom Unwirklichen unterscheidet, zum Ziel Deiner Einkehr. Meditiere über ihn als Dein eigenes Selbst und löse Dich von allen anderen Gedanken. Ewig scheint dieses Selbst. Mache Dir bewusst, im Inneren bist Du immer das Selbst. Alles, was sich verändert, bist Du nicht. Und so mache Dir das heute und am Tag immer wieder bewusst. Gedanken kommen, Gedanken gehen, das Selbst bleibt gleich. Emotionen kommen, Emotionen gehen, das Selbst bleibt gleich. Stimmungen kommen, Stimmungen gehen, das Selbst bleibt gleich. Wahrnehmungen kommen, Wahrnehmungen gehen, das Selbst bleibt gleich. Mache Dir das heute besonders bewusst. Mache Dir öfters bewusst, wie Gedanken in Deinem Kopf sind. Und mache Dir bewusst, wie sie wieder gehen. Spüre öfter die Stimmung und sei Dir bewusst, sie geht wieder. Spüre etwaige Emotionen, spüre, wie sie gehen. Der, der das spürt, der bleibt gleich. Das ist der Atman. Und wann immer Dir es gelingt, den Atman, das Selbst wahrzunehmen, ohne Dich zu identifizieren mit allem anderen, bist Du in der Freude, in der Wonne. In diesem Sinne, diese beiden Schritte über heute besonders. Oder diese drei Schritte. Beobachte das Wahrnehmbare. Gedanken, Emotionen, Gefühle, Wahrnehmungen. Und beobachte, wie sie wieder vergehen. Zweite, das ist Nummer zwei. Als eine Beobachter, das Wahrnehmbare. Und dann sei Dir bewusst, sie sind nicht ewig, sie vergehen. Das ist das Zweite. Als Drittes, mache Dir bewusst, Du bist der Beobachter. Und als Viertes, erfahre Dich selbst als der Beobachter. Und erfahre so Freude des Selbst.